Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Oh. Ist da ein Büro-Waschbecken? Nee, das gefällt mir nicht. Bei einer weiteren Folge... Sims. So. So, Objekte nach Zimmer, Klo, Theken, Spiegel hätte ich doch mal gerne. Spiegel. Nee. Was ist mit dem? Der macht noch mehr her. Ein Teppich. Brauchen wir einen Teppich? Nee. Ähm. Hm. Das ist doch irgendwie ganz süß. Hm. Nicht genug Geld. Nein. Ich will dieses Badezimmerregal lieber haben. Oh. Wir brauchen noch eine Tür hier rein. Oh. 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 Krühe. Äh. So. Okay. Jetzt können wir auch, äh, ne, ins Klo. Zum Klo. So. So langsam haben wir es, Leute. So langsam. War auch nur ganz langsam. Aber es läuft so langsam. So. Das würde ich gerne... Das würde ich gerne... So. Glücklich sind wir. Ist das nicht schön, Leute? Jetzt. So. Wir können gleich das aufs Klo gehen. So. Man merkt so langsam, die Frau, die wird, ähm, ne? Zufriedener. Ihre Umwelt ist irgendwie hübscher. Puh. Kann man ja mal ganz klar so sagen, ne? Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist der... Der, ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Der... Ja, wir müssen noch einiges machen, eigentlich. Eigentlich müssen wir noch einiges machen. So, wann müssen wir denn zur Arbeit? In sieben Stunden? Ach, wir haben ja geile Arbeitszeiten. So. Wie sieht's denn hier aus? Oh, wir müssen uns wieder... Wir müssen uns wieder drum kümmern. Komm mal erstmal hier hin. Trulla. Wo kommen, wo kommen denn die Viecher her? Dahinter? Äh... Schon hier hinter, oder? Gegen Käfer. Alles verkaufen. Alles verkaufen. So. Aber so langsam haben wir's, Leuz. So langsam ist unsere Bude echt schnieke. Oh mein Gott, Leuz. So. Vergangen wir noch mal was, wa? So, jetzt bleibt... Bleibt uns hier nur noch... ...den Kram wegzujäten. Boah, wir sind richtig weit, Leute. Das freut mich richtig. Level 5. Wuhu! Mega, Leute. Mega. Ich freu mich da voll drüber. So. So. Genau. Machst du erstmal sauber hier. Sehr schön, wie das machst. Ist jetzt alles sauber? Nein, natürlich noch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und danach würde ich gerne etwas lesen. Und zwar... Logik Band 2, wenn wir damit fertig sind. Ah, ist das nicht idyllisch hier? Ist das nicht idyllisch? Und mit unserem Garten verdienen wir auch mal eben so was nebenbei. Das finde ich nämlich das Geile an dem Garten. Wir rocken das Ding hier gerade. So. Jetzt würde ich doch gerne mal weitermachen. Und zwar... Äh... Äh... Nee. Okay. Äh... Wir müssen wieder zum Boden. Jetzt muss ich mal überlegen. Was hatte ich denn? Das hatte ich. Das hatte ich. Äh... Couch. Sofas. Zwei Sitze. Okay. Modernes Sofa. Komfort. Der Hipster Hagger. Okay. Komfort. Fünf. Und was für Farben gibt es das denn? Das muss ja irgendwie schon... So rechts. Komfort. Fünf. Komfort. Acht. Ich nehm das jetzt. Das ist schon sehr groß. Aber das ist komfy. Das ist auch wieder sehr weit weg, ne? So. Couch-Tisch. Couch-Tisch. Tisch. Tisch. Tisch in Kaffeetische. Nee, wir brauchen ja ein TV in Kaffeetische. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so. Aber das kann ich wirklich noch etwas... Aber das kann ich wirklich noch etwas... Okay, 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 okay. Jetzt bin ich fertig, ehrlich gesagt. So. Wir sind immer noch am Jäten. irgendwie... Aber wir brauchen jetzt auch... Ähm... Fenster. Wir haben aber nur noch 161. Das heißt, wir machen das mit den Fenstern, wenn wir wieder unsere Gartenkohle hier haben. Wir sind ja auch fleißig am Lernen hier. So. Dann lies mal was, Mädchen. Lies mal was. Ich finde diese tiefen Fenster ja eigentlich voll schön. Gibt es hier richtig tiefe Fenster? Frage ich mich jetzt gerade mal. Fenster. Tief. Bist du dein Ernst? Okay, anscheinend geht das nicht. Der Hingucker. Kann ich das nicht mal da hin? Dann halt nicht. Wir brauchen mehr Geld, Leute. Was ich mich frage... Wir lesen dieses Buch über Logik, aber wir kommen kein Stück weiter, was unsere Logik angeht. Ist das deren Ernst? Oder bin ich jetzt gerade einfach nur... Ja, ich bin anscheinend gerade einfach nur dämlich. Okay, ich würde sagen, wir machen einen... Oh. Lol. Wir haben mal eben ganz schön viel Geld bekommen. Wir reisen jetzt. Wir können ja mit jemandem reisen. Reisen einfach mal mit ihm, falls er Bock hat. Okay. Okay. Und zwar würde ich gerne... Gibt es das hier nicht? Oder was? In den Park? Oh, man kann nicht... Hier gibt es keinen Park. Wow, wir wohnen ja ganz toll hier, ey. So. Also. Okay. Okay. Neeb. Snibara Hishinah. Slunkim Glomp. Ligenzo Yibara. Snoosh. Balprosh Kiribu. Lanaga Clonkis. Ja. Befalla Narbo. Bin vet. Yibs. Snibara Hishinah. Slunkim Glomp. Squamish Gorsai. Flaselvilpa. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Okay. Jetzt hat sie sich mal richtig ausgemeckert hier. So, machen wir mal das. Komm vorbei, komm vorbei. Das hilft unserer Laune gerade sehr gut. So. Wir sollen jetzt weiter schreiben. Hallo, na? How are you doing? Wuhuuu. Comedy. Ja, okay. Wir machen halt einfach Comedy nebenbei, weil wir sind so super. So. 90% abgeschlossen. Und das wird nochmal besser. Komm, schreib's. Schreib. Schreib. Schreib, Mädchen. So. Jetzt ist sie bei der Arbeit. Das heißt, wir werden fleißig arbeiten. Und unsere Kollegin ist noch am Schlüssel hier. Ist ja unglaublich. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Okay. Ich würde mal sagen, während... Oh, schreib locker. Die Anigung hat er nicht weiter. Ihr ist aufgefallen, dass ihr euch ein volles Manuskript im Büro liegen lassen hat. Willst du dir ein bisschen seine Ideen aus und einfach liefern, was du bisher hast? Wir sind ehrlich, natürlich. Hallo. Okay, Leute. Wir müssen mehr für unseren Schreibdings machen. Wir haben jetzt unser Haus so weit umgebaut, dass es uns gefällt. Aber wir müssen mehr für unsere Schreibdings machen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.